hallo freunde der leichten und der der käuflichen liebesuchung und der seichten unterhaltung das wollte ich eigentlich sagen willkommen im sumpf im sumpf von minecraft mittlerweile ist es auch noch dunkel geworden schade hoch voll begeistert passt nun mal einen moment nicht auf und schon um zombies creeper und sonstiges geschissunfall ich sehe hier echt kaum was euch geht es wahrscheinlich leider auch nicht viel besser da ist meine spinne ja natürlich drei skelette spinne leute 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 es leck mich du drecksvieh die dinger käme nicht aber das kann man mich persönlich aber die teilen sich glaube ich irgendwie so komisch auf wenn man sie trifft die im schleim hörst du mich etwa an so hallo ah spinne du fehlst dir noch zu meinem glück wieso trafiert ihr denn nicht wieso ist das hier so dunkel das tut mich echt ein bisschen an siehst du nix wie gesagt wenn ich schon nix sehe dann seht ihr wahrscheinlich leider noch sehr viel weniger fuck you dreckiger bastard alter mistfick so schleimball kann man damit irgendwas tolles machen ich hab keinen günst mal gucken kann ich hier hoch hallo 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 ich will hier gerne hoch schau mal nur betrackt hier da alter drei quip ne zwei quipern eine spinne und ein schleim gedöns jawohl alter erst mal mit futtern ist hier wahrscheinlich auch noch hoch ne hol und gut aber nur noch 14 pfeile fuck ich würde mal stehen du Mistvieh damit sie sich treffen kann weg weg so ok ok creeper sind nicht so geil aber den schleimball hätte ich schon ganz gerne noch weiß noch nicht wofür ich den brauche aber ach guck da ist er ja aber du warst nicht alleine keule war noch einer muss der schleimi war schon mal eine spinne yeah okay sind weg moment da ist der creeper noch ein creeper ja leck mich leck mich doch am samenstrang anders komm her du Mistfink komm 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 nochmal und ein letztes mal komm bam schwer schlager schleimklumpi ist leider wirklich weg wie es aussieht Ich hasse Skelette, ey. Äh. Beeper. Ist hier irgendwas zu dolles? Wird doch schon wie ein Skelett. Wut? Wut? Alter. Frecke. Ja, na klar. Ja, weg mit dir, du. Hm, ich hab keine Spitzacke dabei. Ärgerlich. Hallo, Zombie. Ja, also hier wäre auf jeden Fall nochmal eine Höhle zum erkunden. Aber naja. Mal gucken, ob ich da wieder hinzukomme. Oder will. Was ist denn das? Was ist denn das für Pilz? Ist das? Und Pilzen möchte ich jetzt ja nicht ein. Ja. Doch. Oh. Alles klar, dann. Warte mal her damit. Willkommen hier, eh du. Hier für ewig rumkammelst. Oh, was finden wir denn hier im Wald? So, außer Holz. Okay, so groß werden die Viecher. Okay. Das hat er ja. okay okay noch mal pizze Sollen sie hier so rumstehen, ne? Pilzhürde will ich mir auch noch irgendwann basteln. Wo ist dieser Dreckszombie schon, wenn ich hier höre? Danke, das ist in dem Moment leckt, na gut, aber zum Glück mal Eintreffer und habe mich nicht in Brand gesteckt, alles tako. Scharfe, Schweine, also nicht scharfe Schweine, sondern beides, getrennt, ne, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich. Joa, da war noch gerade irgendwas. Ach ne, so ein Blumen. Ich habe nur irgendwas Rotes hier gesehen. Was ist denn da? Ein Rosenstrauch. Mal gucken. Wahrscheinlich sind da irgend so ein Strauch gleich ein Quieper. Oh. Allöchen. Oh. Angenehm. Schon mal ein Name, Herr Spalt. Okay. So, und dazu mal ruhig runterfließen. Oh, bringt mir jetzt hier eh nichts, weil keine Spitzsäcke. Aber, ich gucke mir mal an, wo der denn so lang geht, weil in die Richtung geht es zu meinem Haus. Spalt verläuft. Da lang. Nicht runterfallen, Alter. Bloß noch runterfallen. Okay. Na, und hier ist er nur noch unterirdisch. Hm. Okay. Jetzt ist die Frage, wie finde ich den wieder, Alter? Uh. Toll, du bringst mir gar nichts. Mann. Ich wollte richtig, ja doch. Ah. Ah. Das sieht man so hard. Hm. Aber jetzt ist egal. Ah. 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 Und das hier. Mein Glückchen. Oh, jetzt kann ich weiter. Okay. Was kann weg? Ähm. Puh. Ja. Ja. Das kann weg. Weg, sagte ich. Da bin ich doch eh nie wieder hin, ey. Ah, und hier ist jetzt, naja komm, vergiss es. Die Fackeln waren wahrscheinlich eher, eher verschwindet. Oh, naja. So. Da ist der Sümpf. Pfff. Okay. Oh, Kürbisse. Die nehme ich noch mit. No. Ey, wir lassen keine Kürbisse. Doch. Da am Arsch. Du kommst mit Freundchen hier. Eichten setzt den brauche ich nicht. Jawoll. Neues Futter. Geil. Hat sich jetzt wiesens doch noch ein bisschen gelohnt. So, damit ist dann für diese Folge auch schon wieder Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mein Abo da lassen würdet. Vergesst nach dem Abonnieren nicht die Glocke zu aktivieren. Ne, wegen der Benachrichtigung in der Abo-Box. Sonst gibt es die nämlich sowieso nicht. Ist doch schon schwer genug, dass die Benachricht, dass man die Benachrichtigung kriegt, auch wenn man die Glocke aktiviert. Setzt nämlich glaube ich zum Teil auch voraus, dass ihr auf dem Kanal aktiv was geguckt habt in letzter Zeit. Aber man wesentlich. Und ansonsten, ja, würde ich mich natürlich auch sehr freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, haut rein. Euer Schuli.